Wir haben jetzt noch mal Stimmung in der Bude für das vierte Finale. Vielen Dank. 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 Musik Der Stadt geht danach allen wegen der Blut. Auch unsere Seiten werden vergehen. Ich halte mich nach vorne, mich nicht hier zu sehen. Auch jetzt noch schreit der Land. Auch jetzt noch schreit der Land. Wir sind für den Stadt, wir sind für jemand. Wir haben selbst schlagen in einem Tag. Blau und schreit der Land. 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 Wir haben selbst schlage in einem Tag. Blau und schreit der Land. Blau und schreit der Land. Musik 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 rik Musik 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 Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz. Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz und Scherz. Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz und Scherz. Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz und Scherz. Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz und Scherz und Scherz und Scherz. Und der Weg auf Führung, meine Welt ist heiß, wenn du Scherz und Scherz und Scherz und Scherz und Scherz und Scherz. Jalala! 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 Jalala Musik Und dann schauen wir uns in Deutschland, 2, 4, 1. Somit ergeben sich folgende Halbfinale-Modelle. Wir sehen jetzt direkt im Anschluss bei Final 1, zwischen Metzgeras und Metzgerer-Kremer. Und im zweiten Halbfinale wird der SV Saarung 5.1 auf den Erstmeld dieser Brücken. Noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen beim SV Grießmengolz bedanken. Gestern eingeschmolten, als er sich für Großherr-Marie Kerscher hat ein tolles Spiel. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Wir haben uns für die Sicherheit der Mann, der auf jeden Fall kam. Danke, Jungs. Saarung 5! Saarung 5! Saarung 5!